Ah, ich hab's mir noch nicht angeguckt, deswegen zählt's am besten noch nicht. Doch, doch, das dauert. Ich bin aber nie zu diesem Scheiß-Gehner. Negativ, was ist da los? Wie gesagt, das ist ja ein Du-Fick-Kennst du so klappen. Das muss ich dir gehabt haben. Das war das Beste? Ja, guter Collateral, hast du richtig toll gemacht. Aber Wall-Bank Collateral. Wall-Lateral war das. Ja. Schon was besonderes. Nein, er hat mich gerettet. Nein, er hat mich gerettet. Nein, er hat mich gerettet. Ah, zeig mir das Glück noch mal, zeig mir das Glück. Ach, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Feuert und tötet, wir sind nicht zum Behandeln hier. Nein, er hat mich gerettet. Nehmen wir die Hälfte Bager. Oh nein, er hat mich gerettet. Spawn ist immer blöd auf dem Game. Alter, noch irgendjemand ne Hosentasche geworfen. Okay, alles passt. Auf und dass ich da getroffen wurde. Irgendwas getroffen. Der klettert sie runter. Und da wir unsere Wohnung in Berlin hier andauert nicht bekommen, ist das nicht so toll. Oh, stimmt. Jetzt gibst du erstmal schön Warhead, was hättest du davon? Besser als der Rest. Bäh. Boah, wer hätte vor zwei Wochen gedacht, dass wir das jetzt mal wieder sagen. Sorry, Alter. Ich bewerb mich halt wirklich da als Map-Designer. Ich mach einfach ein 4L-Kinn. Und krieg halt auch direkt dann die Beförderung als Art Director für das Beispiel. Ich bin voll leiner. Das hat der sich so unterdruftgeladen gerade. Da bin ich gestohlen. Ich nehm die, Alter, hinter dir! Titi, du bist ganz so ein richtiger Wunder, sonst sind zwei an dir vorbeigerutscht. Ja gut, ich hab's sehr gut gehört, ne? Soll ich was sagen? Es ist Sand und es ist Gott. Soll ich mal was. Keine Chance. Und wieder. Weiterleben! Hä? Moin! Da bewegt sich was! Wir kontrollieren, bravo! Ja, das war das letzte Ding über das, wo lag ja. Alter, kommt raus! Oh Gott! Oh Gott! Da nimmt er natürlich Franken an. Ja, er hat das Emote. Wie dumm ist das? Wie dumm ist das? Ich mein, als Macher dieses Emotes kann ich verstehen, der hat sich halt bepisst auf der Arbeit, ne? Aber der bepisst sich halt wirklich noch... Ja, der bepisst sich noch mehr, dass jemand das wirklich gekauft hat. Ja, genau. Und dass es dann genommen wird, doch. Er hat halt keinen Bock, hat das gemacht, weil das könnten mich alle mal. Und dann hat er mir gedacht, krass, Alter, das nehmen wir auf jeden Fall rein. Aber erst zum späteren Level. Ja. Ja. Boah, ich hab Hardcore verpennt heute. Irgendwann, äh... Wieso, spielen wir doch gerade. Wo? Was? Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Wir spielen grad Hardcore, Mann. Ach so. Oh Gott. Und dann lässt du ihn mich auch noch erklären, ey. Das ist doch keine Gnade. Das Problem ist, dass ich manchmal selber nicht zuhöre, was ich sage. Deswegen hab ich's nicht verstanden. Ah ja, gut. Und dann hat noch so ein Arschloch vor meiner Gerade geparkt. Ich dachte, ich durfte eine Stunde warten, man. Bis ja... Wenn nicht mal die Polizei gekommen ist und dann... ...gecaved hat. So, auf der Map suche ich... Was hat die Polizei denn gemacht? Hat sie Verkleinerungs-Kopfen aufs Auto gespreut und... ...sind dann weggefahren? Oder? Äh, nee. Äh, Pfarrer ausfind' ich gemacht. Oh, Herr Pfarrer. Oh Mann, Alter. Oh Gott. Oh Gott, das Alter. Verdammt, wir haben die Führung verloren. Alter, Stehe und Spar- Oh Gott. Oh Gott. Rache ist ein Bastard. Hab ich recht? Uns läuft die Zeit davon, mach's nicht fertig. Schaffschüsse! Fünf Abschüsse. Das liegt. Bombardier. Ah. Gefahr durch Scharfschützen 90. Ah, Mann. Ich mach' eine Haftgranate. Ich mach' eine Haftgranate mit Handschellen drin. Oh, Alter, da hab' ich so schön in den Scheidel geschossen. Hä? Voll in die... Du hast ja mal so einen Spawn reingeschossen. Hä? Mitte! Oh, Alter. Ah. Fehler. Gefahr durch Scharfschützen neutralisiert. Der Sound ist geil von der Grund. Ja, ne? Man denkt halt, wir sind Helo unterwegs. Helo. Scharfschütze beseitigt. Scharfschütze beseitigt. Nur ein bisschen schade, dass wir da nicht nachgedacht wurden. Ich muss jetzt sagen, dass das Abkommen groß ist. Das ist schon schön schön. Da haben wir Scharfschützen neutralisiert. Und das System neutralisiert. Zehn Feinde gefangen. Oah. Oh, Alter. Ach. 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 Die Schlange kriegt's Oh Gott, oh mein Gott Schön noch an die Decke zu Ja Du hältst das ganz genau Ich hab den Fall schon gemacht Du bist jetzt einer von ihnen Die brauch ich eigentlich noch nicht jetzt Sondern wenn ich die 16 durch hab Dann muss ich die Point Blanks machen Die gehen nur auf Stakehouse Der muss halt Dem muss ich halt das Ding ins Auge stecken Und abdrücken damit das zählt Ja Das war so nervig Bei den Pistolen das zu machen In Leute rein zu rutschen Um dann irgendwie in den Fuß zu schießen Oder so Obwohl was Mit Smoke mit dem Baseballschläger geht Muss halt auch mit jeder anderen Gunn gehen Aber du bist jetzt fein Einfach eine schöne Smoke zu werfen Ich seh doch selber nix durch die Smoke Gute 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 Mit einer schönen Rattenaktion Auf der Küchenplatte Wird nicht gewertet Weil zu krass Konnten sie nicht zeigen Kann sein Dass das Play of the Game Nur bis Bis neun Kills geht Und du mit Ich Ich hab Ich hab im Flugart eine Nuke gemacht Ohne Scheiß Wow Die Unterstützer für diese These steigen jetzt aus übrigens In der Küchen Wie willst du es nachher folgen Es gab kein Play of the Game da In der Küche Nuke gemacht Gerade Okay In der Küche Ja Ich hab auch schon wieder so ein Video vorgeschlagen Von so einem deutschen Typen Alter der so Meine erste Nuke Und das bei der Pistol Challenge In Pistol Mit Pistol Hardcore Angeblich eine Nuke gemacht In Hardcore Ja So Ist klar Bruder Hast du bestimmt Alter seitdem wir Vor ner Helmstunde 100 Millionen Kills wurden gemacht Hm Ne Es wurden Ne Es waren 680 Millionen Achso Okay Ja Das sind jetzt 785 In ner Stunde Alter Ne Schlecht Hyper Hyper Ich liebe es wie HP Backstar lacht Wenn das bei Joko und Klaas zu Gast ist Ne So ne Mischung aus Graft Zahl Und Äh Ja dieses Dass du halt einfach merkst Dass er jahrelang echt viele Drogen genommen hat So ne Ja Hat er nur gemacht Nichts Ich bin Für Scheint tot zu sein Warum geht man ja Prazer durch Ich dachte Ich dachte Ich dachte Ich hab'n Was haben wir denn? 800 Mio Takuboro of Diamond, Life Gold Ja Ich wiederhole ARZ unter Beschuss Ich wiederhole ARZ unter Beschuss Unser Herz Unser Herz Unser Herz Haben wir hier schwer für ein Team Für mich Ist doch wieder keiner Für mich ARZ steht unter Beschuss Ach, jetzt brauche ich ja Da hast du Glück Ich habe jetzt ja keine Smoke Scheiße, ich muss das Token benutzen Um den Smoke zu fangen ARZ Wie schwer das ist, weiß ich jetzt nicht Ich habe Ich habe